Hallo liebe Leser des Linux Magazins, jetzt wieder Michael Schilly mit dem Programmier-Snapshot-Ausgabe August 2021. Da schauen wir uns sogenannte Race Conditions an, also Situationen, in denen parallel ausgeführte Programmteile zufällig ineinander geraten und die Daten durcheinander würfeln. Und dann schauen wir uns an, wie man das Ganze verhindert und wie man solche Situationen aufspürt. Race Conditions entstehen eigentlich immer nur dann, wenn Programmstränge parallel ablaufen und dabei gleichzeitig auf Daten zugreifen. In Go macht man das mit Go-Routinen, die hier mit Go-Funk jeweils ausgelöst werden. In dieser Vorschleife, die zehn davon parallel abfeuert. Jede einzelne Funktion läuft quasi gleichzeitig an und wenn sie fertig ist, schickt sie eine Nachricht in diesen Done-Kanal, der oben angelegt wird und unten abgefragt wird, sodass das Programm zehn Funktionen abfeuert und dann am Ende wartet, bis alle davon zurückgekehrt sind. Wer aber jetzt denkt, dass diese Go-Routinen, die in einer bestimmten Reihenfolge abgefeuert werden, auch in derselben Reihenfolge starten, hat sich getäuscht. Denn man sieht hier, dass die erste Go-Routine, die er aufträgt, die 9 ist, dann kommt die 0, dann die 1, dann die 2 und so weiter. Also es geht recht wild durcheinander. Je nach Anzahl der auf dem System verfügbaren CPU-Cores übrigens. Hier an dieser virtuellen Maschine, in der ich meine Tests laufen lasse, habe ich zwei Cores. Deswegen kommt die 9 zuerst, dann die 0 und dann geht alles in der richtigen Reihenfolge. Aber wenn jetzt zum Beispiel das Ganze auf einem 16-Coresystem läuft, dann geht es wirklich wild durcheinander. Wer jetzt diese Go-Routine nicht willkürlich starten möchte, sondern in der Reihenfolge von 0 bis 9, der muss das manuell synchronisieren. Und ich habe das jetzt hier mal mit einem Array von Channels gemacht, den ich Status genannt habe. Und jeder dieser Channels wird einer Go-Routine zugewiesen unter dem entsprechenden Index. Und immer wenn auf dem Kanal was ankommt, dann startet die zugehörige Go-Routine. Das Ganze wird angetreten von der Zuweisung unten, die dem 0. Channel einen Wert True hinein schickt, worauf die Go-Routine 0 in ihrer ersten Zeile die Blockierung aufgibt, die Print-Anweisung ausführt. Und da ID kleiner als n-1 ist, Go-Routine 1 lostritt, indem sie ein Signal in den Kanal Nummer 1 schickt. So setzt sich die Lawine fort und die Go-Routinen starten, wie man das sehen kann, wenn man das Ganze kompiliert, wirklich in der vorgegebenen Reihenfolge. Ein ganz interessantes Thema, wie man solche Go-Routinen synchronisiert mit in diesem Fall sogar einem Array von Kanälen. Aber ein etwas praxisorientierteres Beispiel wäre, wie man zum Beispiel Plätze im Flugzeug bucht. Wenn zwei Reisebüros versuchen, den letzten Platz zu ergattern, dann muss man ganz schön aufpassen, damit man nicht aus Versehen beiden Buchungswilligen den Sitzplatz zu kommen lässt. Dazu sieht man in diesem Beispiel zwei Go-Routinen, die mit dieser Vorschleife abgefeuert werden und versuchen, diesen einen Sitzplatz zu buchen, der in der Variablen Seeds auf 1 gesetzt ist. Und die prüfen beide, ob Seeds größer 0 ist. Und falls ja, geben sie eine Erfolgsmeldung aus. Und falls nein, dann geben sie eine Fehlermeldung aus. Im Erfolgsfall wird der Wert von Seeds auf 0 zurückgesetzt. Was eigentlich verhindern sollte, dass die andere Go-Routine ebenfalls den Sitzplatz bucht, weil sie ja auch prüft, ob Seeds größer 0 ist oder nicht. Wenn wir das Programm jetzt allerdings kompilieren, sehen wir, dass das keineswegs der Fall ist. Denn beide Sitze werden gebucht, sogar ziemlich reproduzierbar, zwar in unterschiedlichen Reihenfolgen, aber beide Go-Routinen kommen durch. Woran liegt es? Das Problem ist, dass zwischen der Prüfung der Seeds-Variable auf den Wert größer 0 in der If-Anweisung und dem Zurücksetzen Zeit vergeht. Und in diesem Zeitraum kann die andere Go-Routine reinkommen und ebenfalls prüfen, ob Seeds größer 0 ist. Und falls die erste Go-Routine ist noch nicht zurückgesetzt hat auf 0, wird der Wert ebenfalls 1 sein und die andere Go-Routine wird den Sitzplatz buchen. Das Problem lässt sich einkreisen, wenn man das Binary mit der Option Race übersetzt, dann prüft Go nämlich zur Laufzeit, ob solche Race Conditions auftreten. Und im vorliegenden Fall meldet es tatsächlich, dass diese Variable einmal gesetzt wurde und in derselben Seile 16 dann allerdings von einer anderen Go-Routine ebenfalls gesetzt wurde, sodass man nicht unbedingt sagen kann, zu welchem Zeitpunkt jetzt die Variable welchen Wert annimmt, wie zum Beispiel in dieser If-Anweisung oben. Und so kommt diese Race Condition eben zustande. Wer verhindern möchte, dass zwischen dem Prüfen der Variable und dem Setzen irgendwer dazwischen kommt, der muss dafür sorgen, dass dieser Bereich nur jeweils von einer Go-Routine durchlaufen wird und andere hereindrängende Go-Routinen abgewiesen werden, bis die eine Go-Routine, die erlaubt ist, durch ist. In diesem Beispiel sorgt der Kanal Booking dafür, der auf eine Puffergröße von 1 gesetzt ist, dass immer noch eine Go-Routine durch kann. Am Anfang stopft die Go-Routine jeweils einen Wert von True in den Kanal hinein, was nur einmal geht für die erste Go-Routine und alle anderen werden dann ausgeblockt, solange bis die erste Go-Routine am Ende wieder den Wert ausliest aus diesem Booking-Kanal. Wenn wir das Ganze jetzt kompilieren, zeigt das Ergebnis, dass tatsächlich immer nur eine Go-Routine die Reservierung vornehmen kann und die andere ausgeblockt wird. Also einmal gewinnt die erste Go-Routine, einmal die zweite, aber nie beide zusammen. Was eigentlich auch sinnvoll ist, denn der Selbstplatz im Flugzeug kann wirklich nur einmal vergeben werden. Dieses Aussperren anderer konkurrierender Go-Routinen lässt sich jetzt in der Informatik auf andere Weise lösen. Traditionell nimmt man da sogenannte Mutex-Operatoren her. Steht für Mutually Exclusive, aber es darf immer nur einer gleichzeitig ran. Und die haben Methoden, wo man Lock aufrufen kann und Unlock. Und ich habe jetzt hier mal diese Book-Routine in eine Funktion verpackt. Und dann kann man sehen, dass ich vorher einfach Lock mache, hinterher Unlock. Und das Ganze funktioniert ebenfalls wie gewünscht, dass nämlich immer nur eine Go-Routine gewinnt und der Sitzplatz im Flugzeug tatsächlich immer nur einmal vergeben wird. Einmal zu einem, einmal zur anderen Go-Routine, aber eben immer nur zu einer. Und schließlich noch ein weiteres Verfahren zur Synchronisation von Go-Routinen kann ich mit diesem Wait-Group-Konstrukt aus der Core-Bibliothek von Go anlegen. Da lege ich so ein neues Objekt an, eine neue Wait-Group. Und Hürden baue ich auf mit Add, eins, oder einen höheren Wert. Und Hürden baue ich ab mit Done. Und wenn ich Wait aufrufe, dann wartet der eben so lange, bis keine Hürden mehr da sind. Und auf dieselbe Weise kann ich eben diese Go-Routine so synchronisieren, dass zwischen dem Abfragen des Wertes und dem Setzen des Wertes niemand dazwischen funkt. Und das war es schon wieder im Programmier-Snapshot. Ausgabe August 2021 zum Thema Race Conditions. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Euer Michael Schillig. Tschüss.